Hallo, hallo Alex. Ich grüße Maxi, Ella, Mäcki, Bärbel ist ja hier. Ich grüße Birgit und Uli. Ja, das kannst du nicht machen, nachher vergisst du ihn, was? Und das wäre ich gut. Wie gibt es noch? Ich grüße auch noch Herd und alle. Freunde, okay reicht. Dann nehme ich lieber ein Herz und das hier. Hallo, kannst du mal grüßen? Hallo, hallo. Brücken.